Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie verläuft die kommenden Wochen? Mit was können wir rechnen? Und das ist der Zeitraum von 2. Oktober 2017 bis 8. Oktober 2017. Wir sollen nicht jedem anvertrauen, sondern kontrolliert bleiben. Was hat Lenin mal gesagt? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und es passt ganz genau für die kommenden Wochen. Dann sollen wir um die Finanzen kümmern, gut kalkulieren und die Finanzen in Ordnung bringen und um die Buchhaltung kümmern. Die nächste Woche eignet sich ganz gut, weil das ist der richtige Augenblick von etwas verabschieden, von etwas trennen oder kündigen oder loslassen, aber auch abnehmen. Das wäre der ideale Zeitpunkt, ein Diät beginnen, weil das führt zum Erfolg. Ich möchte Sie noch gerne aufmerksam machen auf meine Blitzberatungen. Was bedeutet eine Blitzberatung und was kostet es? Oft sind es Entscheidungsschwierigkeiten und braucht man ein guter Rat oder eine kurze Frage, was den Alltag betrifft. Und Sie können gerne ein E-Mail schreiben, Ihre Lebenssituation beschreiben. Unten befindet sich mein E-Mail-Adresse. Ich werde das Blitz schnell beantworten. Das Ganze kostet pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.